Ja, während die Hilde hier irgendwo ein bisschen buddelt, schon bestimmt seit zehn Minuten ist sie da schwer beschäftigt, kann ich euch ja mal zeigen, wo wir gerne spazieren gehen. In den letzten sieben Wochen sind wir hier ganz oft hingefahren. Das ist nicht ganz so weit weg. Und wir sind meistens sehr ungestört. Letztens hatten wir mal zwei Fahrradfahrer und eventuell mal jemand, der hier vorbeikommt. Aber eigentlich ist das nicht so. Da unten die Autobahn. Das ist im Grunde die Autobahn, die zwischen Bad Lauterberg und irgendwann, glaube ich, mal nach Nordhausen geht. Aber das dauert wohl noch ein bisschen, bis die soweit sind. Ansonsten steht man hier beschaulich auf dem Feld in der Nähe von Schalber oder zwischen Osterhagen, das ist da, wo die Autobahn war. Und zwischen Bad Lauterberg, das ist irgendwie da hinter dem Hügel, also tatsächlich da, wo die Hilde jetzt immer noch buddelt. Mal sehen. Ups, jetzt guckt sie tatsächlich mal, haben wir sie. Jetzt hat sie mal geguckt. Das Loch hat nicht so viel hergegeben. Wir haben ja Leinenzwang. Da muss ich die Hilde immer ein bisschen alleine lassen, damit ich zur Not zugreifen kann. Aber eigentlich kann ich sie auch mehr oder weniger frei laufen lassen. Da, ganz da unten, ist die Autobahnauffahrt. Und da steht der blaue Bus. Jetzt habt ihr mal so einen Eindruck von uns. Okay, dann wünsche ich euch einen guten Tag. Tschüss.